Hallo, es ist der Martin mit dem neuen Let's Play FIFA 19, meine Karriere als Trainer beim TSV 1860 München. Und wer die ersten Teile gesehen hat, der hat gesehen, zum einen, dass ich kein guter Spieler bin und dass es mit diesem Team auch nicht unbedingt einfacher ist. Wir haben das Vorbereitungsturnier gespielt, haben dreimal verloren, sind glatt raus. Wir bereiten uns jetzt auf die Liga vor. Ich werde jetzt mal in mein Büro schauen, was sie gerade tut. Für mich Preisgeld ist enorm, naja gut, 300.000 Euro. Sollte man jetzt auch nicht so sagen. Sehr geehrter Herr Perzo, schade, dass Sie es nicht in Champions Trophy Gruppenwarte geschafft haben. Wir vertrauen immer noch darauf, dass Sie die Saisonerwartungen erfüllen. Das ist natürlich auch. Das Training ist abgeschlossen, im Moment noch drei Einheiten. Simulieren wir mal weiter hier. Das sind ja mittlerweile so am 17. Juli. Die Phoenix Einheiten. Die Phoenix Einheiten. Die nehmen wir hier. Vielleicht Kindsvater. Er hat es auch nicht gleich mit dem Namen. Herzl. Ich nehme Verteidiger Leber, den kann ich mir auf 65 jetzt eigentlich hoffen, ne auf 64 hoffen. Mal sehen. Klapp. Dann nehmen wir noch den Torwart. Jetzt haben wir hier drei. Hila, Bronman und Ucker. Hila. So. Das ist erledigt. Ich habe wieder die Counter-Richt eingeschalten. Vielleicht aufzeichnen. Aber egal. Mal. Transfer ein Geburt von Mauersberger. Ich kann jetzt keinen abgeben. Da wir eh nicht unbedingt den Riesenkader haben. Und nochmal Mauersberger. Wieder legen wir das Angebot ab. Weiter gehts. Müll das. Nein, den gebe ich schon gar nicht ab. Das ist ein fauler Sack. Ich hoffe, er sieht dieses Video nie. Aber den behalten wir auf jeden Fall. Ein Brecher einfach. Oh. Training haben wir auf. Und dann geht's nicht schon los. Gegenteil. Das Lautfahren. Jetzt mal schnell ein Training einstellen. Es ist halt immer die Frage, was ist besser, wenn man sich beim Training auf die Datenspieler konzentrieren? Oder soll man versuchen, alle gleichmäßig nach oben zu bringen? Ich tendiere bisher eigentlich, die gleichmäßig nach oben zu bringen. Wobei ich muss auch zugeben, dass ich keine FIFA Erfahrung habe. Ich habe die 14er Version mal gezockt. Und da war es dann auch schon. Jetzt werden wir wieder den Außenverteidiger. Und dann muss ich den Teufel machen. So will die nicht so gut aus. So. Was tut sich hier? La Cassette mit Balten. 66. Ich habe wieder falsch. Regen Key Casers Lauter. Wieder was Neues. Transferangebot für Carga. Und da gehen wir ab. Weiter geht's. So. Jetzt das Spiel gegen Carga Schlotter. Erstes Spiel in der dritten Liga. Ich spiele in Lila. Klassisch Lila. Mit Auswärtszykos. Ich spiele in Blauweiß gegen Schwarz, oder? Ansonsten kann ich die Spiele wieder nicht auseinander kennen. Ich muss das Training wo er haben. Lach für Silber ein. Ooooooh Ach, da war er dran. So wie sieht meine Bewertung aus 6.991 Punkte. Überraschend würde ich sagen. Gehen wir rein ins Spiel. Gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich kann jetzt Gedönsir leiser machen. Ihr könnt mich verstehen. Ich muss erstmal nur den Assistenten rausnehmen. Den habe ich nämlich noch an. So die 3. Liga. Kaiserslautern gegen 1860 in der 3. Liga. Kaiserslautern als Absteiger. Seht ihr schon länger da unten. Das 2. Jahr jetzt glaube ich. Auf gehts. Ein Problem sind einfach immer teilweise die dummen, dummen Fehlplätze in die Spitze. Da kommt der Ball selten fahren bei mir. Die Kaiserslautern lassen den Ball gut laufen. Gehen schon mal gut los. Da müssen wir besser sein. Konzentrierter sein. Wieder die Möglichkeit. Schlechter Pass. Abseits von Mölders. Schauen wir nochmal. Ja. Mal ein Schritt. Der Oberkörper ist weiter vorne. Knapp. Zu spät. Gepasst könnte man mal sagen. Oh. Hat er mich ganz schön aussteigen lassen. Uh. Schöne Chance jetzt für die Kaiserslautern. Schön aber gut. Unser Verteidiger war natürlich dran. Unser Verteidiger war natürlich dran. Da brennt nichts an. Warum schießt er nicht. Warum schieß ich nicht. Die Chance jetzt für meine Mannschaft. Strategy pool. Huh. Oh, jawohl, jawohl, mittlerweile 19 Minuten gespielt, wir machen uns jetzt nicht zu schlecht bisher. Ah, was draußen? Ja, ich weiß nicht, aber wenigstens mal ein Schuss von uns. Zu hoch. Der Hiesel macht den Abschlag. Ah, vielleicht verprachtbar und nix. Das war wieder so ein Ding. Oh, jetzt Chance. Oh, Posten, Latte, was auch immer, Latte war es, glaube ich. Das war jetzt die zweite Chance für unsere Mannschaft. Ach, das war jetzt quasi der Pass in den freien Raum. Und will das? Ah, der ist pissig. Lauterer auch schwach. Oh, ein Einwurf. Das war ein Befreiungsschlag. Ja, bisher die bessere Chance auf unserer Seite. Das war jetzt der Logistik-Peel. Oh, jetzt. Oh, wow, schöne Chance. Das war jetzt eng. Und ein Einwurf für uns. Jetzt vor einer Halbzeit. Oh, wow, schöner Schuss. Karger war das. Wenn es wirklich gelesen war. Ich kann eigentlich mal die Spieler. Schöner Schuss, ja. Gute Leistung. Und heute von Gelder Flanfa. Ja. 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 Das hat eigentlich richtig gebrochen. So. Das könnte man eigentlich dann abpfeifen. Wenn die Halbzeitpause gehen. Da ist es schon. Die Halbzeit. Zwölf Minuten. Ich werde das Spiel jetzt noch weiter simulieren. Ich habe mir heute ein paar Let's Plays angeschaut. Die haben da immer geschnitten. Da ich ja relativ viele Let's Plays produziere. Ihr könnt gerne auch mal auf meinem Kanal nachschauen. Verschiedene Sportarten. Baseball, Basketball, Fußball demnächst. Werde ich nicht schneiden. Ich werde die Videos so wie sie sind aufzeichnen und dann hochladen. Jetzt schauen wir mal, ob wir da was ändern müssen. Für die anderen Partien. Zwei Tore in Jena. Beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Was haben wir denn auf der Bank sitzen? Ne. Jetzt sind wir jetzt erstmal nicht. Die Mannschaft spielt solide, finde ich. Gefällt mir. Da müssen wir jetzt weiter ansetzen. Ja, das war nichts. Wie ihr so schön sagt, das war nichts. Hätte ich nach links abpassen müssen. Links wäre die bessere Option gewesen. Aber nachher ist man immer gescheiter. Ich habe ein paar Tage gemacht. Das war nichts. Ich habe das eine dritteódige, die man schlussChuhe. Das war nichts. Als ob es nicht los war. Ich habe das eine dritte an. Ich bin gesund. Wenn immer noch nicht los. Ich bin gesund. Wenn ich mich nicht los war. Was für eine Chance, Hemline, das war eine Riesenchance für die Kaiserslautern Wir haben jetzt schön geschlafen hinten, weil der Winkel jetzt recht steil war Foul, ja, eindeutiges Foul, schön genommen Körper dazwischen keine Gerbe Karte oder sowas, wir bisher auch nicht Haben ja in dem Vorbereitungscup ja die erste rote Karten gesehen Steinhardt Ah, was für eine Chance, was für eine Chance, jetzt da Nein, der Rixler auch noch nicht Florian Pick kommt zum Einsatz War eine gute Chance Oh Uuuuuh Im Gegenzug, jetzt wechsle ich doch die Chiruco ein Schauen wir uns das noch mal an Ja Das war schon Ich möchte fast sagen, auch eine hundertprozentige für Kaiserslautern So, der Tor war eigentlich kein Spondor auf dem Trikot Hier nochmal, kommt super zum Kopfball Das war auch so ein Problem Beim Vorbereitungscup Wir haben viele Kopfballtore kassiert Flanken waren da Wo die Verteidiger keine Chance hat Für einen Ball zu kommen von uns Oder nicht hochgekommen sind Oh Das war jetzt ein hartes Einsteigen Oh Oh Einwurf für uns War jetzt ein hartes Einsteigen 72 72 Minute Ah Wo wirft er den hin, der Bube Abgefälscht 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 der Ball Noch kein Lautern wechselt Löhmannsröbin kommt für Bergmann Si A Ha Eww Eww W Das war's. Hilla, schöne Parade Und da haben wir den Ball lieber zur Sicherheit mal raus Oh Das war Mölders Oh ja, aber hat er den Gegner ganz schön abgeräumt Sascha Mölders, Geri Karte Kann man geben Wenn ich das richtig gesehen habe Oh ja Das war quasi ein Zeichen setzen Wie man so schön sagt Oh, dann gleich mit dem Heelpass 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 Paul Oh, nee Nicht mal Hätte man jetzt auch pfeifen können In meiner Meinung nach Und jetzt der Konter von den Lauterrangen Das Pressing von unserer Mannschaft Oh Jetzt das nächste Foul Könnte jetzt auch Gelb geben Jetzt wird es doch härter Unser Rechtsverteidiger Der Herbert und sein Paul Ich bringe jetzt 10 Reiz Vermölders Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt Und jetzt Dann 84 Minuten Ich bin ein paar Minuten. Oh! Hey! Befreiungsschlag jetzt aus! 89. Spiel... 90. Spiel... Jetzt so der Moment Tier 1 Und das war's! 0 zu 0 am ersten Ligaspieltag der dritten deutschen Bundesliga Ich denke das ist okay Auch die Kommentatoren sehen das so 0 zu 0 also Kaiserslautern gegen 1860 Ach wir haben ja NKaiserslautern gespielt Dachte wir spielten zu Hause Okay Ja das war's auch schon Mit dem was war das jetzt Der vierte Teil Ich freue mich über euer Feedback Bis zum nächsten Mal